Der Unterschied zwischen Ehre und Schande, zwischen Familie und Feinden, zwischen Juli und August, zeigt sein wahres Gesicht und es wird gelb sein. Lauf! Lauf! Springt! Springt! Rastet! Rastet! Ich weiß, wir hatten einen harten Tag, aber das ist doch alles vergeben und vergeben. Am 26. Juli erhebt sich ein Imperium. Ich habe zwei Knöpfe an diesem Tisch. Der eine versorgt eure Stadt mit Strom, der andere lässt die Runde los. Fragen Sie Ihr Herz, dann wissen Sie die Antwort. Und eine Familie wird fallen. Du warst das also! Wir wollen Europa! Wir wollen Europa! Das Wort Entschuldigung wird heutzutage sehr oft verwendet. 20th Century Fox präsentiert Homer. Mehr bitte. Marge, Lisa, Bart, Maggie, Mr. Burns, Smithers, Krusty, Barney, Lenny, Carl, Itchy, Moe. Was? Grandpa, Apple, Wiggum, Milhelm, Nelson, Rolf, Thelma, Patty, Dean Hummelmann, Willie, Jimbo, Skinner, Otto, Rockman, River and Lovejoy. Jetzt kommt die schärfste Szene. Und viele tausend andere in einem Filmereignis, an dem 18 Jahre gedreht wurde. Die Familie Flanders begrüßt ein neues Mitglied. Und das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Oh, brave Schweinchen! Warte, du Kleider! Wehe, du lachst noch einmal über irgendwas Lustiges! Die Simpsons, der Film. Ab Juli 2007. Nur im Kino. Die Simpsons, der Film. Die Simpsons, der Film. Untertitelung des ZDF, 2020